Moin Moin und herzlich willkommen zum Fotostory Mittwoch, heute mit einem Thema, das glaubst du nicht? Warte mal kurz das Intro ab und dann erfährst auch du, worum es hier heute gehen wird. Viele von euch wissen ja, insbesondere die, die den Bildbesprechungs-Samstag schauen, dass ich jetzt nicht so ein riesen Fan von Color Keys bin. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass es natürlich in ganz wenigen Fällen Sinn ergeben kann, ein Color Key zu machen. Und zum Ende des Videos habe ich noch eine Aufforderung an dich, aber jetzt möchte ich erst mal erzählen, was ist überhaupt ein Color Key? Ein Color Key ist ein Bild, in dem nur eine Farbe vorhanden ist. Das heißt, das Bild ist komplett entsättigt, aber ein Farbton ist enthalten geblieben und der häufig an nur einer Stelle im Bild. Die Klassiker sind die, die ich wirklich nicht mehr sehen kann. So Hochzeitspaare mit roten Rosen in der Hand, wo die Rosen rot sind und der Rest ist schwarz-weiß. Oder aber auch ähnliche Dinge, keine Ahnung, Apfelbaum und nur der Apfel ist noch rot. Oder das Landschaftsfoto und der grüne See ist grün oder irgend so etwas. Das ist wirklich hässlich und das ist auch sowas von ausgelutscht. Das kann man sich fast nicht mehr angucken. Trotzdem ist es ein Effekt, den man an manchen Stellen vielleicht auch mal ganz gut benutzen kann. Und ich war vor einiger Zeit mit Kunden in Shanghai und da war das der Running Gag schlechthin. Wir machen mal eine Sonderfolge Color Key. Dazu am Ende des Videos ein bisschen mehr. Jetzt erst mal, wie kann man das Ganze erstellen? Das Ganze kann man natürlich erstellen in Photoshop, in dem du das Objekt, was farbig bleiben soll, ausmaskierst und den Rest komplett entsättigst. Oder aber auch in Lightroom. Und in Lightroom ist das relativ einfach. Also wenn es kein ganz komplexes Objekt ist, was farbig bleiben soll, dann kann man das in Lightroom mit wenigen Klicks innerhalb sehr kurzer Zeit machen. Und das zeige ich dir heute hier. Weil ich weiß, dass manche von euch sagen, ich möchte auch wissen, wie es geht. Ich möchte es vielleicht gar nicht machen. Ich möchte es vielleicht auch nicht hundertmal nutzen und das recht nicht bei jedem Foto. Aber einmal zu wissen, wie geht es überhaupt in Lightroom, das hilft mir, wenn ich es doch mal machen möchte. Und selbst wenn ich es dann in Frank nicht zeigen möchte, sondern nur irgendwie zu Hause in ein Fotobuch drucken oder auf dem Rechner haben. Und deswegen zeige ich dir heute, wie kannst du ein Color Key machen in Lightroom. Und dazu wechseln wir jetzt mal einmal schnell auf meinen Rechner. Ja, wie ihr sicherlich wisst, war ich vor einiger Zeit in Shanghai und da ging es immer wieder mit der Reisegruppe um das Thema, dass ich Color Key hasse. Gut, ich würde das nicht hassen nennen. Ich habe nur eine leichte Abversion dagegen. Also ich mag es nicht besonders gern. Besonders dann nicht, wenn es keinen Sinn ergibt. Also wenn es nicht zur Bildaussage beiträgt. Und viele dieser Color Key Motive haben sich unfassbar abgenutzt. Das gilt ganz besonders für so Dinge wie rote Rosen auf Hochzeitsfotos und so ein Zeug. Ich kann das wirklich nicht mehr sehen. Ich muss ganz offen sagen. Aber ich weiß, dass manchmal nur euch da draußen das gefällt. Und deswegen gibt es jetzt etwas, das hätte ich niemals gedacht, dass es das jemals geben würde. Sondern ich zeige euch mal, wie ihr sehr schnell in Lightroom ein Color Key machen könnt. Und ja, jetzt könnt ihr mich für verrückt halten oder auch nicht. Aber was soll's. Am Ende ist mir das nicht egal. Aber ich werde euch jetzt ein Color Key zeigen. Und Sinn der ganzen Sache, das habt ihr ja schon im Vorschlag gehört, ist, dass wir irgendwann eine Bildbesprechungsfolge machen zum Thema Color Key. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Also, hier ist ein Bild geöffnet. Ich möchte nur den Schirm in Farbe haben. Der gesamte Rest soll schwarz-weiß werden. Das mache ich, indem ich erstmal hier auf den einzelnen Farbkanälen hier im HSL-Modus die Farben im Sättigungsbereich hier einfach mal komplett runterziehe. Das könnt ihr hier per Dings machen oder ihr könnt auch hier einfach die minus 100 eingeben und mit Tabulator weiterspringen, wie ihr wollt. So, jetzt haben wir gar keine Farbe mehr drin. Jetzt nehme ich hier den Anfasser, gehe auf den Schirm und ziehe da die Farbe wieder rein. Dann seht ihr, ich bekomme jetzt hier die Farbe auf den Schirm. So. Und ihr seht auch, da ist fast nur der Rotkanal von betroffen. Und hier unten noch ein ganz kleines bisschen Magenta. Was ist jetzt aber passiert? Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Hier auf der Hochhausfassade ist eben Rot wieder mit eingespielt worden. Hier unten auch auf den Sträuchern dort und auch auf der Haut und auf dem Hemd von dem Alex ist das Rot wieder raufgekommen. Zum einen aufgrund der Hautfarbe und zum zweiten dadurch, dass natürlich das Licht durch den roten Schirm fällt und deswegen dort für Rottöne sorgt. Gut, das wollen wir natürlich so nicht, denn ihr wisst, das hat so mit Color Key wenig zu tun. Das ist nämlich hier an vielen Stellen zusätzlich Rot, wo es gar nicht gewünscht ist. Das heißt, wir nehmen jetzt das Pinselwerkzeug. Und beim Pinselwerkzeug stellen wir hier einfach mal die Sättigung auf. Minus 100. So. Jetzt können wir hier mal schnell rüber gehen. Dann seht ihr sofort, okay, das verschwindet auch alles. Das funktioniert natürlich jetzt im Moment auf den großen Flächen relativ einfach, aber wir müssen gleich noch ein bisschen Feinarbeit leisten. Wollen wir mal gucken. So, hier ist das alles egal. Das gilt ja auch für hier unten für seine Rose. Hier ist ein bisschen in den Reflektionen auch noch rot gewesen, habe ich gerade gesehen. Malen das mal hier schön drumherum. So. Und drücken wir die Taste O für Overlay, damit ihr seht, da haben wir fast alle Bereiche ausmaskiert, nur hier unter dem Schirm noch nicht. Und da müsst ihr halt ein bisschen genauer arbeiten und einfach mal gucken, dass ihr nach Möglichkeit eben den Schirm nicht trefft, aber die Haut schon. Könnt ihr natürlich auch das Pinselwerkzeug noch kleiner machen. Und schon, würde ich sagen, ist das erledigt. Keller Key ist fertig. Bild kann exportiert werden. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ihr seht also, es geht sehr, sehr schnell, indem ihr einfach die einzelnen Farbkanäle entsättigt und dann die Farbe wieder reindreht, die ihr haben wollt. Und anschließend über den gesamten Bildbereich guckt, wo ist jetzt noch von der rosa Farbe oder der roten Farbe was enthalten. Und das entsättigt ihr dann einfach mit dem Pinselwerkzeug. Schnell, einfach, Color Key machen in Lightroom. Ja, ich weiß, manche von euch, die liegen jetzt lachend am Boden und haben sich womöglich eingenetzt. Es tut mir leid. Ich bin selber überrascht, dass es das Video hier gibt. Und jetzt kommt die Aufforderung zu dem ganzen Thema. Ihr habt jetzt mein Color Key gesehen. Das ist nicht das best geeignete Motiv für ein Color Key. Da ging es darum, euch zu zeigen, wie es schnell umzusetzen ist. Ich würde das Bild normalerweise nirgends veröffentlichen, noch niemandem zeigen. Und ich hätte auch aus diesem Bild kein Color Key gemacht. Nur noch, um das nochmal zu betonen. Aber ich weiß, dass einige von euch da draußen darauf warten, dass mir die Augen bluten. Und deswegen gibt es eine Sonderfolge Bildbesprechung Samstag am 9.12. zum Thema Color Key. Also, schickt eure Color Keys. Ihr findet die FAQ zum Thema Bildbesprechung auch in der Videobeschreibung, sodass ihr nachlesen könnt, wie könnt ihr Bilder schicken. Und bei dem Thema Color Key tut mir einen Gefallen, packt genau ein Foto in eure Mails. Schickt mir nicht fünf zur Auswahl, weil es wird nie wieder eine Folge Color Key geben. Oh, never say never. Mal kurz überlegen. Ich gehe davon aus, es wird nie wieder eine Folge Color Key geben. Insofern möchte ich die Bilder auch nicht sammeln, sondern schickt mir genau ein Foto, wo ihr ein Color Key gemacht habt. Und wo ihr glaubt, das ergibt einen Sinn oder wo ihr glaubt, ich möchte den Frank mal ärgern, sodass er so richtig abgeht, weil das Foto wirklich so völlig ungeeignet ist für Color Key. Egal, was immer ihr vorhabt, schickt mir eure Color Key Fotos an bildbesprechung at ff-fotoschule.de. Und dann werden die am 9.12. diesen Jahres besprochen. In diesem Sinne viel Spaß beim Color Key anfertigen und immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal.